Stell dir vor, es ist ein sehr schöner, warmer August-Sommertag. Du sitzt mit deiner Familie draußen im Garten oder bist mit deinen Freunden unterwegs und dich erreicht die Nachricht, auf die du schon wochenlang gefiebert gewartet hast. Du hast an nichts anderes mehr gedacht, schon davon geträumt und es ist endlich wahr geworden. Du hast ein Med.at-Studienplatzangebot von deiner Traum-Uni. Stell dir dieses unbeschreibliche Gefühl vor, wenn du dieses Angebot bekommst, was du natürlich zusagen wirst, wovon ich mal stark ausgehe. Wem wirst du es direkt erzählen, dass du einen Studienplatz hast? Deiner Familie, deiner Mutter, deinen Eltern, deinem Vater, die dich die ganze Zeit unterstützt haben, deinem Bruder, deiner Schwester, vielleicht sogar deinem Hund, deiner Katze, deiner besten Freundin, deinem Freund, deiner Freundin. Wem würdest du es direkt erzählen? Würdest du wie ein King durch die Straße gehen und es jedem einfach erzählen? Oder wie eine Königin, jeder, der dir entgegenkommt? Ich studiere Medizin! Wem auch immer du es erzählen wirst, du kannst wahnsinnig stolz dann auf dich sein. Und wenn du in der Vorlesung sitzt, in deiner ersten Vorlesung oder in einer der ersten, dann schick mir gerne ein Foto von deiner Vorlesung. Und damit dein Traum, den du eventuell schon als kleines Mädchen, als kleiner Junge hattest und endlich sagen kannst, ich studiere Medizin, ich werde Arzt, ich werde Ärztin, ich werde mal eine eigene Praxis haben, im Krankenhaus arbeiten, als Ernährungscoach, was auch immer du dir wünschst oder vorstellst, damit du das sagen kannst, fehlt noch eine Kleinigkeit und das ist im Med.at abzuliefern. Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Med.at, aber in diesen Wochen, wenn du dich fokussierst, alle Ablenkungen weglässt, kannst du so viel lernen wie andere in drei bis sechs Monaten, wenn du wirklich jetzt fokussiert nochmal reinhaust, deine ganze Energie und Motivation zusammennimmst und da unterstütze ich dich sehr, sehr gerne. Es ist auch scheißegal, ob das dein erster Antritt ist, dein zweiter, dritter, sogar vierter. Ja, wir geben jetzt Vollgas und holen uns zusammen deinen verdienten Studienplatz. Und gerade am Testtag beginnt es mit BMS und wenn du da in Mathe, Physik schon richtig abliefern kannst, trägt dich das durch den Tag wie auf Flügeln und dann wirst du auch alles andere viel besser schreiben. Das heißt, in Mathe und Physik, da bin ich der Richtige für dich, um dich fit zu machen. Und wie jedes Jahr gibt es meinen sehr beliebten Med.at Live Crash Kurs. Da gehen wir nämlich alles Wichtige nochmal durch, also die komplette Stichwortliste in Mathe und Physik lernst du da, um dann maximale Punkte für dich rauszuholen in Mathe und Physik. Viele verkacken Mathe und Physik, das heißt, es ist deine Chance im Gegensatz zu anderen, da ordentlich Punkte zu holen. Der Live Crash Kurs wird dir nochmal ordentliche Motivation geben, gerade weil auch Gleichgesinnte da sind und die im Physik-Coach-Universum sind. Das heißt, die sind von Natur aus schon motiviert, haben Bock und was richtig wichtig ist, nicht wie in anderen Communities oder Gruppen, hier wird sich richtig extrem gut gegenseitig unterstützt. Das heißt, wir pushen uns. Bei den Live Sessions hast du einen Chat, da könnt ihr euch gegenseitig unterstützen und es wird wieder zwei WhatsApp-Gruppen geben, einmal für Mathe, Physik und einmal für die anderen Untertests, so dass ihr euch nochmal schön austauschen könnt untereinander. Der Schwerpunkt von dem Live Crash Kurs liegt auf Test-Simulation, das heißt, wir werden Live-Test-Simulation zusammen durchgehen in Mathe und Physik. Die Live-Termine findest du auf der Seite und kannst dir die schon mal vormerken. Falls du nicht dabei sein kannst, live an einem Termin, was natürlich sein kann, oder du das dann nachlernen möchtest, bekommst du natürlich, wenn du dir ein Ticket holst, auch die Videoaufzeichnungen. Also, wenn du jetzt nochmal alles geben willst, Endspurt, die letzten Wochen mit mir gemeinsam und anderen Gleichgesinnten, dann lass uns gemeinsam nochmal Vollgas geben und deinen Traum wahrmachen vom Medizinstudienplatz. Du siehst jetzt noch erfolgreiche Medateler, die Medizin jetzt schon studieren und auch beim Live Crash Kurs letztes Jahr mit dabei waren. Also hol dir jetzt dein Ticket und sei live mit dabei. und ein Ticket und ein Ticket und ein Ticket und ein Ticket. Untertitelung des ZDF, 2020